Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowney und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Wir sind hier wieder in der Silberbruchmine, dass wir wieder alle durchbuffen, wegklicken. Hatte ich was gerne zum letzten Mal? Ich glaube ja, ich habe die Equipe Auslegung wieder geändert, nämlich Vielseitigkeit und danach Mastery. Ob dieses Trinket hier drin, das was ich gerne hätte, kriege ich immer noch nicht, danke Blizzard. Man kann sich ja die Dinger nicht auch einfach kaufen, das wäre zu einfach. Ja, nochmal buffen. Schauen, wir haben zwei Rätsel gegnt hier. Ja, wir haben auch ein Rätsel, vier Rätsel, wow. Jölnjöl, Tuasama ist auch da. Wir sehen die Gegner dann aus dem Equipe her. Nicht so toll. Moment, gehen dann? Das werde ich nicht los. Auch wenn es jetzt mittlerweile viel viel später kommt, ich werde es nicht los. Oh, bei dem trüben Wetter heute kann ich auch nicht viel mehr machen als BGs. Gehen wir mal schauen. Ich werde vielleicht die Tage mal meinen Twitch-Channel ein bisschen überarbeiten. Vielleicht werde ich dann auch mal ein bisschen mehr streamen. Im Moment ist es halt, ja, aber... Gut, wenn das Video veröffentlicht wird, ist es jetzt schon ein paar Tage her, aber aktuell ist es in der Alpha zum Beispiel so. Ich mache da im Moment groß gar nichts, weil es ändert sich beim Rätsel nicht viel, bei den anderen ja. Aber zuletzt war es so, ähm, heute ist jetzt der 24. Vierte. Und es ist halt so, dass, ähm, ja, so Sachen, dass... ...den Dingen-Hunter, die haben es mit Wurfs und so weiter bekommen, aber es ist halt so, dass die irgendwie ganz Gruppen und zwei Angriffen auseinandernehmen können und das ist halt eben falsch. Das ist halt, ja. Aber gut, was will man machen? Schauen wir einfach mal, was wir hier hinkriegen. Bäh! Halt ich denn jetzt den Bloop? Das wird immer so glatt versprungen. Oh, gleich hier. Äh, haben wir einen Heiler. Wo ist der Heiler? Da ist der Heiler. Gleich noch den Heiler drauf. Richtspruch drauf. Schmeiß mal die Wall ab. Ah, E-Stunt. CDs. Freedom. Okay, die Bubble ist an. Da bubble ich selber. Bubble wieder weg. Hammer raus. Dann haben wir nämlich auch noch. Dann haben wir vollen Damage. Jetzt halt heilen. Da auf den Palli da. Jetzt werde ich hier leer gemacht vom Mage. Da wird noch die Bubble. Ja, dann glaube ich noch. Da wird geheilt. Okay, das ist scheiße. Gegenheilen. Das wird nicht hier. Oh, hat gereicht. Heal. Können wir inleinen. Genau. Der nächste Stunnen wir. Dann gehen wir wieder auf den Mage drauf. Ich muss schon leben bleiben hier. Der Mage ist schon nervig. Ah, der Palli da. Der kriegt einen Hammer ab. Na, er kriegt... Alles ab, was ich hab. Ich hab nichts bescheißen. Leather. I want Silver mal. Genau, jetzt gehen wir auf den Mage. Den da. Schiebinlein. Jetzt kann er nicht. Was nennst du? Kann er eh nicht. Scheiße. Total übersehen. Alles drauf. Alles drauf. Hammer drauf. Dann gehen wir auf... So. Heal für mich. Inleinen kann ich nicht. Dann gehen wir auf den Mage da. Dann gehen wir auf Frost. Dann kann er inleinen, wenn wir ihn erwischen. Moment, stimmt. So. Dann gehen wir auf den Hexer. Den Stunnen wir am besten. Dann nehme ich gerade seine Dev-CT. Ist ja. Da war schon weg. Er kriegt nämlich gerade irgendwie nur Schaden. Aber die haben es schon untergekloppt. So. Leather. Aufmountain. Die haben wir nicht gekriegt. Schmeckt meine Maus? So. So. Nö. Wo kommst du durch her? So. Dann gehen wir auf den Tisch. Rischbruch drauf. Komm, mach mal irgendwas frostiges. Wall ist ab. Genau. Inline Frost. Und jetzt stirbt er aber alle nicht in dem Block. Da ist ein Heiler. Auf den gehen wir gleich. Mal den dritten Stunnen. Der Mobil. Wir gehen in Freedom. Nicht total. Noch mal ein Stun. Und... Hui. Das ist aber. Der Störter. Nee. Valle da. Valle da. Valle da muss immer. Stunnen. Mal raus. Nächste müssen wir inlineen. Scheiße. Wir hätten nämlich gerade nämlich trotzdem ein CTS gezogen. Gehen wir einfach mal weg hier. Holen uns den Kill da. Ne, kriegen wir nicht. Gehen wir auf den Rogue hier. Okay. Scheiße. Jetzt muss ich da nicht mehr helfen. Ey. Hallo. Nein. Ich will doch... Oh. Jetzt geht mein Brock verloren. So. Dann. Scheiße. Ich muss da schon definitiv hier. Wall ist ab. Ne. Dann zählen wir mal. Jetzt sterbe ich. Nein. Gibt's nicht. Scheiße. Hätte ja klappen können. Nichts. Ich kann sich nicht beschweren. Oh. Jetzt muss ich so lange warten. Oh, wenigstens ist schöne Musik laufen. Wie gefällt euch die eigentlich? Sagt es mir einfach mal in den Kommentaren. Ein bisschen rockiger. Ich habe hier noch ein paar Sachen geholt. Eine neue Liste. Was für neue Musiker. Ich habe gleich ein richter Teil drauf. Tja, wir kriegen es dann. Ist das die Vierer? Jetzt bin ich wahrscheinlich inline. Ich bin kein inline. Jetzt kommen wir hier nicht raus. Geben wir alles jetzt hier ab. Ich möchte euch gleich einfach viel nutzen. Dann kann ich. Von weg hier. Heilen. Oh, alles ab. Weg hier. Nachbuffen. Buffs, die fehlen. Oh, ich auch. Scheiße. Kein Mensch, brauch dich. Das ist natürlich das Bröt hier. Ich bin da hinten im Zwerg. Sonst dannst du den. Oh, gut. In dem kann ich keine Umfungen geben, aber der Palik kann man penetrieren. Mal rausholen. Stun. Stun. Richtsbruch. Äh, Richtsbruch drauf. Stun. Wings. Jetzt kommt man nicht ganz gut drauf. Komm schon, sterb, 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 sterb. Jetzt stirbt. Ich habe mich direkt ansagt. Nächste hier kaputt. Undline? Je inline. Ich glaub hier noch nicht. Richtsbruch. Freisbruch, noch mal Freisbruch. Yidl. Ah, Pally, okay, tut mir nicht Cool, haha, schade Was macht den Mage dazu? Wall ist ab? Nö, es bringt ja nichts, ja, Wall ab Und was ist eh tot So, dann müssen wir gleich wieder heilen Ja, man muss, wenn man so den 1-loven Mage drauf hat Nicht gleich Hand der Freiheit benutzen, weil die wird eh gleich geklaut Sondern man hat ja die Möglichkeit Den Freispruch hier Kostet zwar assig viel Mana, aber Hilft dann schon mal und Man bleibt auch so dran Und er kommt nicht weg, weil wenn wir Hand der Freiheit benutzen Er klaut uns dann direkt, dann kommen wir nicht hinterher Aber wir haben weiterhin noch irgendeinen Slow drauf Oder kriegen gleich wieder einen drauf Und er kann einfach frisch vom, frisch vom, frisch weiter vonlaufen Und das hat überhaupt keinen Wert für uns Nein, 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 drück hier Ah, lauf halt weg Und deswegen Ich will ja Was ist denn da? Ja, wir haben Feuer Mage Ja, in der Frost, um tot Ist ein bisschen Dich oder drauf Ist das so, was ist das? Ist das so, was ist das? Ist das so, was ist das? Äh, Reichbruch für mich Ja, man darf wirklich vergessen Wenn ein Magier halt, äh, Magie klaut Dann, äh, ja Gibt's da so Opfert? Ich nöb, keine Luft Dann, äh Dann haltet er sich natürlich Zwar nicht so extrem für Für die Prozent sind's glaube ich Dann bekomme ich Stun mal Wenn du da drin bist Haha, gleich mal ein Stun drüber Genau Du wirst nicht sterben So, mal ein Stun Jetzt hast du Stun der Egal Backpedal So, Kupferung Alles ab Sterb Oh, die Scheiße Na, jetzt bin ich hier zu Gesicht Na, klar Bubble Stun der Marschleute Na, ja, kann ich auch bauen Ich seh Gott, scheiße Das hier geht rein Du Spacko Lass mich mal in Ruhe Weg hier Nein, Freedom Weg da mit Richtbuch drauf Der hat jetzt ernsthaft links gezogen Cool Nee Heiliger Röscher Doch, und übrigens was Typ Na, komm ich weg Und tschüss Trottel Das war echt bescheuert Alter, war auf den Kill aus Ganz einfach Was für ein Bob Was hat ich Stun mehr? Broke Der ist im Slow Ich auch Wall ist ab So Warte nochmal Blick hier Einzelne Kupferung Also nicht Das überlebe ich nicht genau Ah, den ganzen sonst kann man so nicht überleben Das geht nicht Ah, mit Helo rücken geht das auch Oh, guckt hier 3 Millionen geil Ech, ech, ech Ech, ech Ech, ech Ech, ech Oh, haben wir verloren Oh, 10 Minuten Na gut, was soll's Von den Sets her kann ich mich nicht beklagen Ich hab getan was ich konnte Ech, ech, ech Irgendwie Der, ich glaube der Halt Die haben halt doch Ich weiß nicht, wir hatten nur einen Heal, oder? Nur noch einen Heal? Ich mein, wir hatten nur einen Heal, der arme Troide Mal schauen Achso, ist ja schon weg Scheiße Ich mein, wir hatten nur einen Heal gehabt Und der arme Kerl, der konnte ja da noch nicht viel machen Der war ständig im Fokus Na ja gut, okay Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Wenn wir es sein sollen ab, damit in die Kommentare Freue ich mich immer drauf Und wir sehen uns im nächsten Video Tschüss Tschüss